Will der Ivan? Machst du rein, wie? Nio? Ja. Ja, wo ist er denn? Tschau, der kommt nur noch dahin, wir geh jetzt durch. Willst du nicht schon, wenn die liegt? Will der Ivan. Krimmst du? Ja. Was ist das? Wenn ich mich gewöhnt werde. So, wenn ich mich gewöhnt werde. Bist du jetzt fertig mit dem wilden Ivan, oder? Ja, Papa. Ich will wieder mit dem kleinen Kühlstück gemacht. Das stinkt, gell, das stinkt. Er hat gleich weggeschaut. Die fliegen die Sandalen durch.